Liebe Abonnentengemeinde, hier das Wort zum Sonntag. Ach scheiße, Sonntag ist doch schon vorbei. Abonnenten-Special! Hi Leute! Hier ist wieder der verrückte Onkel Pitti. Es wird höchste Zeit für mein Abonnenten-Special. Eigentlich sollte es ja bei 50 Abonnenten schon bereit sein. Jetzt sind es mittlerweile 62. Unglaublich. Erstmal dafür schon ein herzliches Dankeschön. So, ich danke, mal schauen, Rios Noceros. Ich danke, Network Profi. Ich danke, 22 Batista 09. Ich danke, Vegata 0213. Ich danke, Sniper One René, glaube ich. Ich danke, Smile 3764, Punkt, Punkt, Punkt. Ich danke, Movie Master. Ich danke, Nordfront. Ich danke, Seaman Mel... Da gucke ich mal schnell, da weiß ich nicht genau. Also, Seaman Melody. Ich danke, verdammt, die sind alle so lang, die Namen. Silberstern 93X. Ich danke, Konsolen Rocker 08. Ich danke, Sgt Hannes 4, wenn ich das richtig sehe. Ich danke, Olga Mops... Na, na? Olga Mops, der King 123. Ich danke, Firil Dack 20. Ich danke, Luxor 94. Ich danke, Tuba 00O, sage ich jetzt einfach mal. Ich danke, Green Venom 91. Ich danke, Falkore 323. Ich danke, Frank Hayden 1. Ich danke, Pascal 45014. Ich danke, ETSH ARC 87. Entschuldigung. Ich danke, iPhone Freak 1. Ich danke, Sleud. Ich danke, Dominikus 1000 war das, glaube ich. Jawohl. Ich danke, Seherhat... Moment. Seherhatasus 3. Ich danke, Moldort. Ich danke, Russien Mois. Oh Gott, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, Entschuldigung. Ich danke, TheLP1994. Ich danke, Rockerbilly98. Ich danke, BigTasty1993. Ich danke, Let's Play... Chris Micha. Ich danke, Julian230693. Ich danke, SuperVFL1995. Ich danke, LL Rift. Ich danke, oh, da mag mich jemand besonders gern. Ich danke, Fanzer. Zweimal. Ich danke, ui, Querzuyu985. Ich danke, Kyugah Gamer. Ich danke, natürlich mein Zockerkumpel GCProSide. Ich danke, XXGamerFan XX92. Und wir kommen zur Seite 2. Ich danke, SaphirFlyer. Ich danke, BlackRussia... Oder Rauschia? Nee, BlackRussia98, sag ich jetzt einfach mal. Ich danke, GuteZeiten... War das richtig? Oh, dieses Konto wurde geschlossen. Ich danke ihm trotzdem. Ich danke, Solano89. Ich danke, Computer... Was war das? Computer... Gaming1993. Ich danke, Robin Thief. Ich danke, XBStefan360. Ich danke, L-I-Legends. Und ich danke, ich abonniere... Irgendwas mit abonnieren, oder? Ich abonniere jeden. Aha. Ich danke, XXSebi198XX. Ich danke, Dante6100. Ich danke, TCJPlayer. Ich danke, WOW110. Ich danke, KorsQuinnE. Und ich danke, NBKIFunVortix. Ich danke, MrTimo96. Ich danke, TheMilesColben. War doch richtig, oder? Oder? Ja, TheMilesColben, genau. Und ich danke, BTKSpider95. Und ich danke, JonaCrew. Und ich danke, F4L14. Und ich danke, App... Moment. AppCatcher3000. Und ich danke, NNFY001. Ich danke euch. Ich danke euch, meine lieben Abonnenten. Ich kann gar nicht fassen. Ich finde es klasse, dass ihr mich abonniert habt. Und ich möchte noch besonderen Danklos werden. Als erstes nochmal an GCProSide, der den Kanal so schön gestaltet hat. Ohne den würde er gar nicht so toll aussehen. Also möchte ich das nochmal würdigen. Dankeschön. Und ich danke auch noch, natürlich, Falkore323 für zahllose Kommentare. Ich glaub, der ist mit Sicherheit Spitzenreiter. Vielen Dank, Falkore. Und ich danke... Ich danke... Ups, nee, das wollte ich so nicht. So war das jetzt nicht gedacht, Leute. Und ich danke... Ich danke... CorsQuinnE auch für viele Kommentare. Und ich danke... Moment, da war er, da hab ich wieder weggemacht. TheMilesKolben für seine vielen Kommentare. Auch, wirklich. Herzlichen Dank. Ich danke natürlich auch euch anderen für eure vielen Kommentare. Aber die anderen waren ein bisschen fleißiger. Und deswegen werden sie natürlich besonders bedankt. Genauso wie, genau, GreenPhenom91. Der hat da auch viele Kommentare geschrieben. Also, wenn ihr bei meinem nächsten Abonnentenspecial, bei 100 sage ich jetzt einfach mal, vielleicht erreiche ich die irgendwann mal. Äh, ne? Dann schreibt, wenn ihr da auch erwähnt werden wollt, schreibt reichlich Kommentare. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, war das mal der erste Teil von meinem Abonnentenspecial. Würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, äh, wie ihr es fandet. Oh, ich hab noch jemanden vergessen. Oh nein, 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 nein. Leute, ich danke auch Dominikus1000. Der hat nämlich auch reichlich Kommentare geschrieben. Reichlich. Genau. Hätte ich fast vergessen. Entschuldigung. Dominikus1000. Mit dem hatte ich auch schon mal, äh, Call of Duty, äh, Modern Warfare 2 gezockt. Genau. Genau so, wie ich mal gezockt hatte. Na, Battlefield Bad Company 2 hatte ich mit ihm gezockt. Oh, verdammt. Jetzt komme ich nicht drauf auf den Namen. Verdammt. Ich komme nicht drauf. Es tut mir leid. Ich weiß jetzt nur den Namen im Spiel. Matsuro. Genau, das war hier. 4 Reel Dark 20. Hat auch Spaß gemacht. Mit dir zockt hier Sergeant Hannes 4. Mit dir wollte ich demnächst auch Call of Duty 5 zocken. Ich will eigentlich mit euch allen zocken, wenn ihr Bock drauf habt. Immer wieder mal. Irgendwann mal. Immer wieder mal. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war das der erste Teil von meinem Abonnentenspecial. Im zweiten Teil wollte ich euch nochmal einen kleinen Einblick von meiner Spiele-Sammlung geben. Also, mache ich hier mal Ende. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war nicht zu langweilig. Und ja. Ich hoffe, ihr guckt euch auch den zweiten Teil vom Special an. Bis dann. Ciao, ciao.